Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe die besondere Aufgabe, Ihnen auch im Namen unseres Bürgermeisters und der Ratsversammlung die besten Ostergrüße im Jahr 2021 zu überbringen. Ja, Ostern, Ostern dieses Jahr. Wir hatten alle die Hoffnung, dass es schöner wird als im letzten Jahr, dass es nicht ganz so einsam wird, dass wir feiern können, dass wir unsere Liebsten treffen können und nicht nur einen weiteren Haushalt, dass wir im fröhlichen Kreise essen, trinken, Spaß haben können. Ja, aber auch in diesem Jahr haben wir leider wieder die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Ich möchte mich aber auf jeden Fall bei den Menschen bedanken, die es auch bisher geschafft haben, sich einzuschränken, die geholfen haben, dass auch hier in Schleswig oder insbesondere hier in Schleswig und im Kreis Schleswig-Lensburg die Inzidenzzahlen im Moment recht niedrig sind. Und damit das so bleibt, müssen wir eben auch weiterhin diese Regeln einhalten. Aber ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir möchten doch einfach, dass die Geschäfte weiterhin geöffnet bleiben können, dass die Kinder auch weiterhin in die Schule gehen können. Und damit das eben alles so ist und auch unser Gesundheitssystem natürlich nicht überlastet wird, ist es einfach notwendig, dass wir noch ein bisschen aushalten. Gehen Sie sich testen lassen, gehen Sie sich impfen lassen, wenn Sie dann einen Impftermin haben und tragen Sie so auch weiterhin dazu bei, dass wir diese Zeit gemeinsam überwinden. Das Osterfest, ja, es ist eigentlich das Fest der Hoffnung. Es ist das Fest der Auferstehung. Soll symbolisieren, dass das Leben über den Tod gesiegt hat. Das Osterfest ist für mich persönlich immer so ein Tor zum Sommerhalbjahr. Es wird alles heller, es wird lebendiger, das Leben draußen kommt wieder in Gang, die Vögel zwitschern, wir kriegen das alles mit. Aber auch das passiert ja trotzdem. Das passiert auch trotz Corona. Und wenn Sie nach draußen gehen und einfach mal alleine in Ihrem Garten oder irgendwo an der Schleich stehen und die Ohren und die Augen offen halten, dann werden Sie sehen, dass die Natur einfach trotzdem noch nicht aufgegeben hat. Und das hoffe ich auch, dass wir das auch schaffen, dass wir es einfach auch in den nächsten Monaten schaffen, dass das Impfen verstärkt stattfinden kann, dass sie sich alle testen lassen können, dass wir die Ansteckungszahlen wirklich ganz gering halten weiterhin, damit das Leben hier so gut wie eben im Moment möglich auch stattfinden kann. Ja, ich wünsche Ihnen trotz allem eben auch für dieses Osterfest das aller allerbeste. Bleiben Sie einfach fröhlich, bleiben Sie guter Laune und ich hoffe, dass es alles bergauf gehen wird. Dankeschön.